Jetzt fängt er zu regnen. Ein weiteres Team ist eingetroffen. Schaut euch diese zwei Gewinnertypen an. Die drei Fragen sind, wer ihr seid, Teamname, Favourite Trashtalk Line und der Gameplan zu gewinnen. Teamname ist Jana Klaa. Vorstellung, wie heißt ihr beiden? Ich bin Phil. Ich bin Tim. Wir haben letztes Jahr zusammen bei Maccabi Frankfurt gespielt. Der Tim kann mit links und mit rechts werfen und ist wahrscheinlich aktuell in der besten Form seines Lebens, weil er vier Wochen mal nicht rausgegangen ist, sondern zu Hause geblieben ist und den ganzen Sonntag und Sonntag in der Sonne genießen konnte. Sehr gut. Favourite Trashtalk Line habt ihr jetzt geskippt. Phil, da bist du doch ganz weit Frontrunner eigentlich. Also ich bin da mehr so der typisch reagier. Also wenn die anderen deutschen Mitbürger anfangen auf Englisch mit mir zu reden, sage ich immer ganz gern Oh, I didn't know you from the United States of America, macht die Leute meistens sehr nervös. Okay, bei Tim? Ich spreche nicht, ich spiele. Sehr gut, das wollte ich hören. Was ist der Gameplan? Wie gewinnt ihr? Wir haben ein bisschen trainiert, und wir haben ein paar Plays und Wollt ihr nicht so viel verraten, sagt ja dann. Tim wird auf jeden Fall kaum werfen. Das ist nicht im Gameplan voll. Harte Rebounds, One-on-one-Defense und ich rotz das Ding. Ich danke euch, Jungs. Ich danke euch, Jungs.